Guten Morgen Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Der Schulbus ist wieder mal pünktlich Der Schulbus ist wieder mal da Alle da? Nein, was? Theresas Hill? Na ja, aber wo ist die denn? Hopp, 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 hopp Wir müssen los, Kinder Wir dürfen auf gar keinen Fall zu spät in die Schule kommen Und beim Nachhausefahren müssen wir unbedingt pünktlich sein Eure Eltern haben mich extra nochmal angerufen heute Morgen Und dann mit dem Kopf Und dann mit dem Kopf Und dann mit dem Kopf Ratschlein Nein, das ist kein blauer Geist. Das ist ein Eismurmler. Eismurmler gibt es hier draußen ganz viele. Aber man sieht sie so sehr. Denn Eismurmler sind normalerweise scheu. Aber der da ist gar nicht schüchtern. Der will mit Teresa spielen. Und er ist alleine. Und Teresa spielt mit ihm. Dabei vergisst sie ganz die Zeit. Und spielt eigentlich den ganzen Tag. Und kommt immer weiter weg vom Dorf. Ich sag euch eins, hier kommt ein Gebet ab. Ich sag euch eins. Und es wird schon dunkel. Ich sag euch jetzt eigentlich alle da. Mein Brust schwingt nicht mehr an. Wo sind denn jetzt los? Da sind ja überall Schatten. Da sind ja überall Schatten. Schatten, schatten, schatten. Da sind ja überall Schatten. Da sind ja überall Schatten. Nicht ja überall. Da sind ja überall Schatten, sehr Schatten. Da sind ja überall Schatten, sehr Schatten, sehr Schatten.